ja so sieht es aus so macht man das einfach heutzutage stöhnt nochmals ins mikrofon richtig erkannt so hier runter machen die treppe fertig meine lieben das können wir jetzt machen da wir hier keine laba mehr haben die uns den arsch vergrühen kann so so hier noch da noch hier noch da noch dann auch hier noch so und jetzt geht's los haben wir dann erde dabei gar keine erde dabei das natürlich jetzt subjekt es ist so kontra produkt dinge dinge die so sind halt ne stimmt jetzt können wir das hier weg machen und können hier so okay das dahin und hier kann auch einer hin ich dachte jetzt ich falle jetzt wäre es nicht so toll gewesen ich dachte jetzt ich kalle auch schön wie die sonne einfach durch die erde durch scheint wir befinden uns im jahr 2070 die sonne ist mittlerweile schon so stark das hier einfach durch alle durch scheint und den rest und menschen dieses verstandes berobt ich habe es hinbekommen ich glaube jetzt wäre auch mal ein guter zeitpunkt gewesen tränke zu benutzen aber gut oder dein gehirn na das habe ich ja letztendlich benutzt so bauen wir die kaktus mal hier raus aber ich sehe gerade wir haben da noch mehr aber das ist ja kein problem wir können ja theoretisch einfach hier jetzt noch so war das nicht geplant ach sieht auch geil aus ich bin mir einfach Alter wie ist schon wieder schütte da draußen das ist krass gell wenn ich dann negativen und fahrschub noch hab ey ich wünsche dir viel spaß autobahn bei regen toll fantastisch sooo ja nicht so muss das ja und dann komme ich hier die kaktäne hin genau aua so nehmen wir mal noch ein bisschen erde mit hier äh stein meine ich wenn wir nicht vollkommen out of sind sooo ja da haben wir jetzt keine mehr wir haben aber glaube ich noch holz hier haben wir hier noch holz drin ne das ist alles kohle geworden ok dann machen wir uns noch mal kurz 8 fackeln gut wir haben noch stein die nutze ich jetzt aber nicht wir könnten uns theoretisch mal ein bisschen glas brennen mit der kohle die wir jetzt haben nehm ich mal zwei kohle und brenn damit alles zu glas was ich so habe ja ansonsten haben wir gerade gar nichts anderes zu tun so wirklich wir brauchen auf jeden fall mehr erde jetzt ach schieß ich wollte nämlich würde mir eine schabung machen aber ich habe ich überhaupt zeug für eine schabung schabung eine kann ich mir noch machen eine schufe aber brauchst du auch nicht doch ich brauche 30 noch ewig ich wollte 30 haben es wahrscheinlich gar wie lange wir halten ich bin ich bin was besonderes ich bin was besonderes soo wir sehen wir machen das jetzt alles ein bisschen größer hier dann können wir einfach viel mehr abernten auch ne das war falsch so war jetzt hier irgendwo noch was gefehlt genau hier hat was gefehlt da da und da jetzt habe ich es endlich geschafft die treppe vollständig zu machen bis hier runter Alter was war das denn jetzt so Nanu was war da denn gerade dahinter Na komm her Ja hier ist kies cool wir haben kies gefunden Kies 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 die wand aus sand die wand aus sand brauche ich jetzt mal wieder her wenn das hier nicht allzu bescheuert aussieht so findet poppy versuchsobjekt kommandant palper gut was ist das jetzt hier seh ich da hinten noch mehr aus ich bin jetzt schon der W21 muss auf fragen ich muss mich jetzt endlich mal fertig machen für die Fahrschule langsam joa das war ich bin hör erst mal auf hier Drang's Prophet da müssen wir doch mal schauen vielleicht kriegen wir nachher die Mission wieder zusammen hin oder so ja genau irgendwas lassen wir uns schon einfallen oder auch nicht oder auch nicht also noch eins lang gewesen okay ja also wie gesagt da wollte war noch mal kurz mit dabei so zum labern und jetzt geht er und nachher spielen wir an Drang's Prophet wieder und bin gleich wieder da ich würde noch mal fix tischen und so ach so na gut dann bist du noch ein bisschen da auch nicht schlecht ja ich muss ihm das jetzt ja schreckt er mich so wir haben eine fackel hin wieder und dann fahren wir noch ein bisschen weiter und zwar hier so dass ich schon wieder kaputt dann mache ich die ebene hier noch fertig nach oben wieder so wir sind jetzt auf höhe er kommt es erst bei höhen 65 also wir müssen noch richtig weit runter gerade mit mir was erreichen so weil die erde brauchen wir einfach um oben unsere fläche weiter ausbauen zu können habe ich noch ein so neuer ich war noch ein so gut dann tun wir das auch mitnehmen hier schnell soll ja alles sein gewohntens wäre es den sinn hier haben wir bekommen wir langsam so in die erdschichten gravil war jetzt auch schon zu sehen das erste mal das kann ich nämlich noch gar nicht dass es gravil hier gibt müssen wir schauen was wir noch alles finden so er da ist leiten und dann gehen wir nach oben wollen wir sind so wie bei der treppe hier zu legen dann ich habe kein bock dass jedes mal jetzt laufen und so springen die ganze zeit so das baum gewachsen kaktieren sind noch nicht weiter gewachsen so jetzt tun wir das hier mal noch ausleiten hier durch das endlich fertig ist dann nehmen wir den baum hier noch mit im Hintergrund hört man jetzt irgendwas von wolke keine ahnung ob der jetzt noch da ist oder nicht so haben wir hier noch irgendwas nehmen wir nicht ich wollte ja wie man erstmal sticks machen ohne ende ich kann mich ein bisschen verarscht vor keine ahnung warum das jetzt gar nicht geht aber mache ich halt so so es geht gar nicht ich habe das kann ich auch das nicht geht na gut 16 dinge hier noch ich hoffe das reichen jetzt war ich nicht mehr zu wissen die dreicht doch lange nicht was ist da gerade im hintergrund das ist eigentlich ziemlich doof gerade der wolke ist glaube ich weg äh was haben wir hier noch wie ich sehe haben wir hier noch stein dann würde ich sagen bauen wir uns jetzt hier hinter einfach mal wir machen die drei felder lang und bauen wir uns hier einmal jetzt mal einen weg hinter und richten hier eine musee farm ein die müssten wir dann mit sandstein umrunden wieder aber diesmal komplett machen wir mal ein kleines 5 x 5 eck das würde eigentlich vollkommen reichen da gehen wir noch lieber wolke hörst du mich macht irgendwie keine ahnung was das gerade ist so halbschleps im wasser zu bauen ist nicht einfach so da war das geklärt so jetzt brauchen wir noch ein bisschen erde die wir schon wieder vollkommen verprasst haben oh ja ist ein baum gewachsen das ist sehr gut wir wollen jetzt nämlich langsam jedes holz das wir bekommen können so da kann man noch ein kaktus hin basteln jetzt machen wir uns ganz schnell noch eine schaufel mal bevor wir hier bei der zäune basteln denn auch da ich frage mich gerade warum ich warum ich jetzt geht es einmal wieder so machen wir uns jetzt mal zwei schaufeln so dann machen wir uns jetzt eine zäune jetzt ging es wieder nicht jetzt geht es wieder ich verstehe das manchmal nicht also ich verstehe das nicht so dann machen wir uns wenn wir es noch haben haben wir nicht mehr ok schade da steinert der auf ich sehe es doch oh mein lieber ganz kurz hier so ein bisschen hin und her bewegen ist das warm so so jetzt haben wir noch einen angriffsschutz dass wir hier nicht weggebombt werden von den viechern da können wir jetzt auch hier so in gefahrlust lang laufen ohne dass wir dann ein pfeil in den kopf kriegen oder so ich esse gerade mal was habe ich schon mal äpfel oder sowas ne habe ich nicht da muss ich mal wieder angeln gehen weil ich habe nichts mehr zu essen da kommen das sieht auf jeden fall sehr gut aus bis jetzt wir uns noch kein haus bis jetzt gebaut aber wir bauen uns alle möglichen wichtigen farben momentan gerade Na komm Na komm Hallo? Ding? Oh, man kann kaum Ach Mist Ich habe ja so ein Ledersessel Man kann da kaum die Arme drauf halten Das ist echt widerlich So Aber jetzt habe ich den Fisch